Im Screener können Sie für jede Aktie einen Preisalarm setzen, zu dem die Aktie für Sie als Kauf oder Verkauf in Frage kommt. Hierfür klicken Sie für die entsprechende Aktie in die Spalte Kauf bzw. Verkauflimit. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie Ihr Limit eintragen. Achten Sie dabei auf die Angabe der Währung. In den meisten Fällen wird es Euro, US-Dollar oder die Heimatwährung der entsprechenden Aktie sein, in der die Aktie im Qualitätscheck fundamental analysiert und bewertet wird. Ist das Limit erreicht, fährt sich das Limit im Screener grün. Auf Wunsch werden Sie jeden Abend per Mail über die erreichten Kauf- und Verkaufslimits informiert. Klicken Sie hierfür auf den Button Preisalarm senden und setzen Sie den Haken bei tägliche Zustellung. Über Jetzt senden können Sie sich sofort eine Mail schicken, die alle aktuell erreichten Limits enthält. Lassen Sie sich im Screener alle Limits anzeigen, indem Sie nach der entsprechenden Spalte absteigend sortieren. denn Sie sehen Sie im Screener.